Was ist das Thema, was es in diesem Semester für Themen gibt auf der Agenda? Wir beginnen mit den Fehlerarten Debugging. Keiner ist perfekt, jeder macht Fehler. Wir müssen versuchen, damit klar zu kommen. Wenn wir es schaffen, die Fehler schnell zu finden, ist das auch alles gar nicht so schlimm. Und hier wird also erklärt, wie finde ich Fehler, was für Fehlertypen gibt es, die man so machen kann und welche Tools gibt es, um mich dabei zu unterstützen. Wir werden auch noch ein Thema aus der letzten Vorlesung etwas vertiefen, das ist die Vererbung. Wir hatten ja die Vererbung kennengelernt als Möglichkeit, dass wir gemeinsame Methoden und Variablen, die in vielen Klassen gemeinsam enthalten sind, auslagern zu einer sogenannten Mutterklasse und das alle Kindklassen von dieser dann erben. Und hier werden wir uns noch ein paar Varianten anschauen, damit wir noch besser unsere komplexe Software strukturieren können und damit beherrschbar machen. Ansonsten gibt es zwei große Themenbereiche, Algorithmen und Datenstrukturen. Und diese beiden gehören hier zu den Datenstrukturen und diese gehören eher zu den Algorithmen. Und wir werden uns also beginnen, anzuschauen, was gibt es denn für Datentypen, die ich teilweise selbst auch erstellen kann, damit ich meine Aufgaben, die ich lösen muss, meine Software, die ich schreiben muss, auch besonders anpassen kann an die Anforderungen. Wir werden auch uns, nachdem wir uns mit Algorithmen beschäftigt haben, über die Komplexität unterhalten, wie schnell ist welcher Algorithmus, wie schaffe ich es herauszufinden, wann ein Algorithmus schnell ist und wann er langsam ist. Wir werden uns ein Thema angucken, das eigentlich nur dazu da ist, um die Studierenden etwas zu verwirren, aber eigentlich wenig praktische Relevanz hat, das ist die Rekursion. Wir werden uns anschauen, wie man mit Hilfe von sehr smarten Datenstrukturen, die viele kluge andere Menschen schon erstellt haben, es schaffen, dass wir sehr, sehr schnell Daten abspeichern können, sehr, sehr schnell auch Daten wiederfinden können und vielleicht sogar unendlich viele Daten abspeichern können. Wir werden uns angucken, wie man, wenn man sehr große Datenmengen hat, diese Daten automatisch sortieren lassen kann. Das Sortieren hat den großen Vorteil, dass ich dann die Daten sehr viel schneller wieder auffinden kann, als wenn sie nicht sortiert wären. Und wir werden uns zum Schluss angucken, wie man mit Hilfe der Sprache XML die Kommunikation zwischen Maschinen so strukturieren kann, dass eine Maschine versteht, was eine andere Maschine gesagt hat.